Nachdem im letzten Video die Restaurierung des alten Teils der Chemieanlage abgeschlossen wurde, entsteht nun der Hauptteil der sehr schönen neuen Industriekulisse nach dem Vorbild einer Olifinanlage aus dem Chemiepark in Dormagen. Ein Tank, ein Gaskessel, ein Kühler und eine Hochfackel werden durch Kolorierung und Beleuchtung von Fertigbausätzen erstellt, während vier Kolonnen durch das Kitbashing verschiedener Bausätze entstehen. Im Video zur Planung der Erweiterung der bestehenden Chemiefabrik hatte ich bereits den Aufbau der geplanten neuen Olifinanlage gezeigt. Ich habe die Planung leicht angepasst und hier ist der aktuelle Stand. Der Kern einer solchen Anlage ist der Steamcracker, um den sich für den Ablauf erforderliche Aggregate, wie der Tank für das Eingangsprodukt Nafta, Trennkolonnen und Wäscher, Kühler, ein Gaskessel für das Produkt, sowie als Sicherheitseinrichtung eine Hochfackel gruppieren. Bis auf den Spaltofen in der Mitte werden in diesem Video alle Aggregate aufgebaut. Die Fertigstellung des Geländes mit Waggon-Bi und Entladung, Rohrleitungen und Rohrbrücken, sowie der Ausgestaltung erfolgt dann in einem späteren Video. Der Nafta-Tank wird aus dem Auhagen-Bausatz Erweiterung Tanklager aufgebaut. Als Vorbild dienen dabei die Nafta-Tanks im Chemiepark in Dormagen. Zunächst erfolgt die Kolorierung der Kunststoffteile im Schema der bestehenden Chemieanlage. Geländer und Leitern werden gelb, Metallteile silber gefärbt. Zur Erzählung einer Putzstruktur wird das Auffangbecken mit einer Mischung aus Fugenzument und grauer Farbe behandelt. Die Bauelemente für den Tank werden mit weißer Farbe grundiert. Wenn durch den Auftrag der Farbe eine gewisse Struktur entsteht, ist das für die spätere Optik durchaus hilfreich. Die weitere Behandlung sowie die Alterung des Tanks mit echtem Rost habe ich in einem bereits vorhandenen Video ausführlich gezeigt. Bereits im Planungsvideo hatte ich diskutiert, dass ein wichtiger Punkt für die Wiedererkennung einer Chemieanlage die Beleuchtung ist. Dementsprechend habe ich rund um den Tank Leuchtdioden verbaut, deren Zuleitungen hier einfach durch ein zusätzliches Loch herausgeführt werden können. Verwendet habe ich aus etwas Abstand kaum sichtbare LED der Baugröße 0603. Leitern, Geländer und Rohrleitungen kompletieren das Ensemble. Für den Gastank verwende ich einen Kunststoffbausatz der Firma Vollmer. Auch hier dienen als Vorbild die Gastanks im Campark Dormagen. Die grau gefärbten Kunststoffhälften des Gaskessels werden zunächst mit Silberbohrungse lackiert. Auch hier wird wieder das Farbkonzept, Metallteile Silberfarben, Geländer und Treppen gelb umgesetzt. Das Fundament wird beige angemalt und es wird feiner Sand in die frische Farbe gestreut. Vor dem Zusammenbau werden an passenden Stellen LED verbaut. Die Alterung erfolgt diesmal mit Pulverfarbe und ist im bereits vorhin eingeblendeten Video ausführlicher beschrieben. Das fertig aufgebaute und gealterte Modell sieht sehr passend aus. Für die Kühler wird ein Lasercutbausatz verwendet und zwar von der Firma Joswood. Vom Vorbild im Campark Dormagen ist auf diesem Foto nicht viel zu erkennen. Die kompakten Zellenkühler verstecken sich zwischen hohen Kolonnen. Die mit einem Laser geschnittene Pappe lässt sich sehr gut aus den Bögen herauslösen. Es sind nur wenige Schnitte mit einem scharfen Messer erforderlich und die Grundkörper lassen sich schnell aufbauen. Zum Verdecken der Übergänge und Kanten sind Pappstreifen vorgesehen. Das gefällt mir nicht so gut und ich verwende stattdessen Fertigspachtel, der mehrfach aufgetragen werden muss. Anschließend wird das Gebäude noch einmal mit einer Mischung aus grauer Farbe und Fugenzement koloriert. Die Pappe für die Trichterauslässe der Ventilatoren wird mit Wasser angefeuchtet und dann so eingerollt, dass die Schutzgitter knapp unterhalb der oberen Öffnung hineinpassen. Der Übergang wird wieder mit Fertigspachtel angeglichen. Auch die Trichter werden mit grauer Farbe angemalt und zum Abschluss mit Klarlack eingesprüht. Geländer und eine Zugangsleiter zum Dach werden ergänzt. Alterungsspuren werden mit verdünnter schwarzer Farbe angebracht. Einige LED beleuchten die Trichter von unten. Die Kolonnen und Wäscher entstehen durch Kitbashing verschiedener Kunststoff- und Kartonbausätze. Das Vorbild für den Aufbau sind wieder die Anlagen im Campark in Dormagen. Als Basis für die Kolonnen dienen die Elemente aus dem Hydrierwerk von Vollmer. Es werden Teile aus zwei Bausätzen benötigt, die mit Silberbronze lackiert werden. Ich habe mich also gegen die Verwendung der Rohre aus dem Josswood-Bausatz Gastreiber Hansa entschieden, weil die Oberfläche zu unstrukturiert wirkt und der obere Abschluss fehlt. Aus dem Josswood-Bausatz passen aber sehr gut das Fundament und die Gitterrost-Elemente. Die Roste für die Bühnen wurden vor dem Herauslösen aus dem Karton mit Silberbronze behandelt. Geländer, Leitern und Fangkörbe stammen aus verschiedenen Josswood-Bausätzen und wurden wie alle übrigen Anlagenteile auf dem Gelände gelb eingefärbt. Für die Rohrleitungen verwende ich einen Bausatz von Faller bzw. nutze Kunststoff-Trinkhalme, beides mit Silberbronze lackiert. Da die Kunststoffteile des Vollmer Hydrierwerks etwas breiter sind als die Aussparung im Fundament des Josswood-Bausatzes, müssen die Halteringe eingeschnitten und die Öffnung etwas vergrößert werden. Dadurch, dass am Ende mehrere, größenbedingt durchgeschnittene Ringe übereinander liegen, fallen die entstandenen Lücken nicht mehr auf. Nun beginnt der Einbau der Leuchtdioden. Da die Zuleitungen durch alle Elemente nach unten geführt werden müssen, habe ich zentral ein Loch gebohrt. Auf das oberste Element kommt neben vier LED auch noch eine Leuchte. Die Löcher für die Leuchtdioden werden in gleichmäßigem Abstand von der Seite gebohrt. Auf diese Weise werden zwei Kolonnen aus jeweils fünf Elementen aufgebaut. Bei den breiteren Kolonnen wird analog verfahren, allerdings gibt es hier kein Fundament. Zwei Kolonnen werden aus jeweils drei Elementen aufgebaut. Die Rohrleitungen aus dem Fallerset sowie der Umlauf aus dem Josswood-Gastreiber passen perfekt. Komplettiert wird das Kolonnenensemble mit Bühnen und Leitern angelehnt an die Vorlagen aus dem Campark in Dormhagen. Die Hochfackel gibt es als Lasercut-Bausatz von der Firma Josswood. Mit Ausnahme der Leitern und Geländer werden alle Teile mit Silberbronze lackiert, wie hier bereits für die Rohre und Arbeitsbühnen geschehen. Leitern und Geländer werden wieder gelb angemalt. Zum Abschluss wird auch die Hochfackel mit Leuchtdioden ausgestattet. Der vorgesehene Bereich für die Aufbauten in der Ausfahrt des Haltepunkts Buhlheim wird aus Hekidur-Platten zurechtgeschnitten. Eine Schallschutzwand entsteht aus einem Kipri-Bausatz, der grün eingefärbt wird. Die Schallschutzwand steht auf einem zurechtgeschnittenen Sockel aus Hekidurschaum. Die Bodenplatten werden mit Fertigspachtel verfugt und grau eingefärbt. Der Höhenausgleich des zusätzlichen Geländes an die vorhandene Anlage erfolgt mit Fertigspachtel. Die neu aufgebauten Aggregate werden entsprechend dem zu Beginn des Videos gezeigten Schema aufgebaut. Die Fertigstellung des Geländes mit Waggon-, B- und Endladung, Rohrleitungen und Rohrbrücken zeige ich dann demnächst. Noch ein Hinweis zum Abschluss. Wenn man in der Dunkelheit am Campark Dormagen vorbeifährt, wird man die hell erleuchteten Kolonnen vermissen. Sie sind bei weitem nicht so stark beleuchtet, wie die Steam Cracker in der SWR-Doku zum Werk in Ludwigshafen, die ich in Teil 1 dieser Videoreihe gezeigt hatte. Bis dahin! Bis dahin!